Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsvideo. Hier ist wieder euer Daki. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte mich mal an dieser Stelle bedanken für die treuen Abonnenten und für das glückliche Jahr, was wir zusammen verbracht haben. Ja, ich kann euch nur frohe Weihnachten wünschen, einen schönen Heiligabend, besinnlich mit eurer Familie, wie auch immer. Und dazu möchte ich euch, wie gesagt, frohe Weihnachten wünschen. Ja, die Kids sind heute nicht dabei, weil die haben auch andere weitere Sachen zu tun, aber ich soll euch von Darth Raider und Gena 44 und von meinem Großen, dem Gamescrack, alles Liebe wünschen und habt einen schönen Tag. Wenn ihr könnt, verbringt die mit der Familie. Ja, und dann wollte ich auch natürlich auch noch mal ein bisschen was ablassen. Nichts Schlimmes. Ja, die einen und anderen wird es natürlich dann auch interessieren, wie geht es nächstes Jahr weiter. Also wir haben einige Innovationen uns ausgedacht. Syrix hat mich, Dennis hat mich da auch auf einige Ideen gebracht, beziehungsweise auf eine Idee, dass wir vielleicht nächstes Jahr das Setup des Monats machen. Dazu brauche ich dann auch ein bisschen eure Unterstützung, dass ihr mir Bilder, wie ihr euer Setup so zu Hause habt. Und dann wählen wir den Rechner des Monats. Das könnt ihr dann übernehmen in einer Abstimmung. Das haben wir so und so gedacht. Dann möchte ich gerne die Hafer-News wieder aufleben lassen. Das heißt, was ist denn überhaupt auf dem Hardware-Markt los, wie sind die Preise, was gibt es Neues. Das möchten wir einmal im Monat machen. Ich denke, jede Woche wäre zu viel des Guten. Das wäre nicht so schön. Na ja, und was fällt mir denn noch so ein? Question Time geht auf jeden Fall alle 14 Tage am Start. Sonst schaffe ich es nicht, weil ich ab nächstes Jahr einen neuen Shop habe. Dann muss ich ja ein bisschen Money wieder verdienen. Absieben soll es losgehen. Und dann schauen wir mal. Ansonsten bleibt alles, wie es ist, auf dem Kanal. Na, fröhlich geht es weiter. Nicht in Hochglanz. Das verspreche ich euch. Hier bleibt alles beim Alten. Authentisch, wie ich nun mal bin, mache ich das nun. Vielleicht gefällt es dem einen und anderen nicht. Und bin ja auch schon darauf angekotzt, dass der unfachlich blablabla. Er hätte keine Ahnung. Ist mir egal. Ich will es auch einfach wie möglich gestalten, weil nicht jeder versteht es auch. Wenn man damit Fachausdrücken um sich schmeißt, finde ich nicht lustig, weil letztendlich muss der ganze Kram laufen. Aber das nur mal so am Rande. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und zwar am morgigen Tage, wenn der Aki seine Geschenke auspackt. Da machen wir dann mal so eine Reihe davon. Mal ein bisschen Unboxing und werden das ein oder andere mal zeigen, was man damit machen kann. Ich bin ja gespannt, was ich kriege. Ich weiß ja nicht alles, aber ein bisschen was weiß ich schon. Weil einen Teil davon habe ich selbst besorgt. Weil es ist immer schwierig für die Familie. Aber vieles hat die Familie besorgt. Schauen wir mal. Ich bin ja ganz gespannt. Und aufgeregt. Und ich hoffe, ich glaube, das seid ihr jetzt alle. Weil mein Junge hat heute zum Beispiel heute Nacht kaum geschlafen. Er kam und sagt, Papa, Papa, ich bin so aufgeregt. Und sagt, darf jeder 440? Was? Oh, schön. Aber gegen unseren Kids geht es jetzt eigentlich nicht so um die Geschenke, sondern eher um den Familientag, den wir zusammen verleben. Weil es war stressig. Dann muss ich mich, wie gesagt, bei euch bedanken und ganz besonders bei meiner Familie bedanken. Es war für sie nicht immer einfach. Besonders für meine Frau. Schatzi, ich liebe dich. Wir sind jetzt zehn Jahre. Es ist unser gemeinsames Zehntes Jahresfest. Wenn dich der eine oder andere will, dann wieso dein Großer, der ist doch schon 13. Das ist halt eine andere Geschichte. Das ist mal früher was anderes gelaufen. Aber egal. Das ist auch nicht wichtig. Wir haben halt auch drei Kinder. Unsere Große kommt heute auch, meine Stieftochter. Und die zockt auch. Die spielt War of Warcraft oder weiß ich. Irgendwann ist dieses Warcraft Zeug da. Ja, wie geht es dann auch noch weiter? Donnerstag, der Gaming-Tag, der wird auch noch bleiben. Und wir wollen fürs nächste Jahr mehr Gaming noch mit reinnehmen. Weil auf die Dauer wird uns ehrlich gesagt, diese ganze Hardwarekram, das wird teuer. Und das können wir nicht ewig so durchziehen. Das geht nicht. Das stößt an finanzielle Grenzen irgendwo. Und dieses Jahr haben wir echt... Naja, ich mag gar nicht drüber reden, was wir so reingesteckt haben. Deswegen werden viele andere Sachen machen, die halt in Kosten günstiger sind. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Aber es soll auch abwünsungsreicher werden. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare ablassen, was... Vielleicht habt ihr noch Vorschläge. Wir wollen interaktiv werden, dass ihr mehr mitmachen könnt und, und, und. Und macht doch Vorschläge, was man noch so machen könnte. Bringt mich auf Ideen, animiert mich, stoßt mich an. Dagi, das können wir noch machen, das könnte man machen, was euch so interessiert. Das würde mich interessieren. Das bringt wieder auf neue Themen. Achso, und dann werden wir ja auch so eine kleine Reihe anfangen. Über so die schlimmsten Fehler, die man beim Rechner bauen machen kann. Mehr so Hilfsthemen, dass es euch weiter bringt. Und dass ich auch mal so ein bisschen von meinem Fachwissen ablassen kann. Was Hardware bestimmt angeht, nennt sich das heute ja Systemintegrierter. Ich sag das mal, PC-Bauer haben wir früher gemacht oder wie auch immer. Da möchte ich einige Tipps und Tricks ablassen. Und darum diesen ganzen Besserwissern und, wie gesagt man so schön, Nicht-Technikern und Klugscheißern entgegenzuwirken. Darum habe ich mich letztens auch ein wenig drüber geärgert. Sie meinen, sie wissen alles besser. Okay. So viel dazu. Wie gesagt, ich kann mich in... Das sind so Sachen, die wollen wir nächstes Jahr in Angriff nehmen. Mehr lehrreiche Videos zu machen. Und das Ganze dann schöner hier noch gestreiten und abwechseln. Das ist unser Plan. Schauen wir mal, wie weit wir das ein und andere schaffen werden. Ich kann euch nur noch an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch ein fröhliches und gesinnliches Weihnachtsfest. Mit eurer Familie, mit euren Freuden oder wie auch immer. Und lasst euch schön beschenken. Wir sehen uns am ersten Weihnachtstag mit den ersten Videos wieder. Und bis zum Neujahrstag wird so der eine und andere noch kommen. Ich habe da einiges vorbereitet und einiges mussten dann auf die Stelle noch gemacht werden. Aber das kriegen wir dann auch alles hin. Ich verabschiedige mich an dieser Stelle. Ich checke jetzt aus. Das müsst ihr zwangsweise wie üblich auch immer tun. Und von informativ kann man ja heute nicht reden. Aber wenn es euch Spaß gemacht hat, dann hebt doch den Daumen in örtlicher Richtung. Oder vergesst nicht den Abo-Knopf zu drücken. Und für alle Abonnenten bitte immer die Glocke einschalten, wie immer. Wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Weihnachtsabendtag und schöne Weihnachten. Und lasst es euch gut gehen. Und das sind die Freunde von meiner ganzen Familie hier. Habt viel Spaß. Habt viel Freude. In diesem Sinne checke ich aus. Und Darky ist raus. Bis zum nächsten. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Hardware Check Software. Wer weiß das schon. Macht's gut. Bis zum nächsten. Hardware Check. Bye.